Wusstest du, dass jeder ein Stück Wald zu Hause hat? Du auch! Und zwar selbst, wenn dir nicht tatsächlich ein Stück Wald gehört. Wie geht das? Jeder von uns hat Papier, Stifte, Küchenrollen, Taschentücher und viele, viele Verpackungen zu Hause. Und hier steckt überall Wald drin. Und das wollten wir bei PFC Austria mit unserer aktuellen Kampagne zeigen. Dass nachhaltige Waldbewirtschaftung eine leichte Entscheidung ist. Der Griff zu einem Produkt mit Siegel genügt. Wie zum Beispiel bei, ja natürlich, Verpackungen oder Matador-Spielwaren oder Stettler-Stiften. Hier überall ist das PFC-Logo zu finden. Das heißt, ist das PFC-Logo auf Produkten zu finden, kann man sich sicher sein, dass nachhaltige Waldwirtschaft drinnen steckt. Schau also direkt bei deinem nächsten Einkauf auf das PFC-Siegel. So leistest du einen persönlichen Beitrag für produktive, artenreiche und gesunde Wälder hier in Österreich.